Was immer kommt, wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert. Der Salzgut Naturfonds von der Schweizer Saline hat die Transformation vom Trailcenter in Näs finanziell unterstützt und ist am 28. Juni mit einer Delegation Zäscher Vorzeigeprojekte inspizieren. Vor Ort hat Urs Hofmeyer erklärt, wie sich der Naturfonds Salzgut finanziert. Die Schweizer Saline baut in dieser Region Salz ab. Die Idee des Salzgutfonds war, dass wir bildlich gesprochen der Natur, in der wir etwas wegnehmen, auch wieder etwas zurückgeben. Und dann zahlen wir auch 1 Franken pro Tonne abgebauten Salz in den Fonds ein und können so diverse Projekte im Bereich Nachhaltigkeit und Biodiversität unterstützen. Warum hat sich das Salzgut zur Unterstützung des Trailcenters entschlossen? Ist dann Siedlungsraum und Biodiversität nicht ein Widerspruch? Das verdreht sich sehr gut, weil wir genau in einem solchen Gebiet Biodiversität fördern können und zeigen können, es ist möglich, auch im Siedlungsgebiet Naturschutz zu machen, Biodiversität zu machen und solche Projekte zu unterstützen. Es ist ein spezielles Projekt, gerade darum, weil es zwei Sachen kombiniert. Es kombiniert die Förderung der Biodiversität, indem wir Pflanzen haben, indem wir Tiere unterstützen, aber gleichzeitig auch die Benützung dieses Gebiet ermöglichen. Und die Leute, die das Gebiet benutzen, indem sie biken, auch ausbilden, schulen, darauf hinweisen, dass sie trotzdem im Sport Rücksicht auf die Natur nehmen müssen und dann geht das gut nebeneinander durch. Was für einen Stellenwert hat allgemein die Biodiversitätsförderung im Siedlungsraum? Die Biodiversitätsförderung im Siedlungsraum, weil wir im Siedlungsraum sind enorm wichtig, weil wir zu wenig haben von diesen Räumen. Oder es geht ja ganz viel verloren im Siedlungsraum, in der Landschaft, an wertvollen, vielfältigen Lebensräumen. Und mit diesem Trailcenter haben wir eigentlich versucht, sozusagen auch ein bisschen aufzuzeigen, was man machen kann. Die Möglichkeiten sind ja auch eingeschränkt, oder? Wir sind ja da umgezündet von Landwirtschaft, von Strassen, von einer Hauptstrasse, die da durchgeht. Und mit diesem Trailcenter ist es eigentlich sehr spannend, das zu kombinieren, weil durch Aktivität, Sport, Sensibilisierung auch gerade ein Thema und man kann zeigen, hey, man kann eigentlich bei jeder Neuanlage sozusagen das auch gerade mitdenken und kombinieren, was dann eigentlich so einen Mehrwert auch gibt, wieder zur Förderung der Arten und zur Unterstützung der Arten. Von was für einem Lebensraum reden wir in Zusammenhang mit dem Trailcenter? Es ist ein Drittstein-Biotop, das heisst, du hast einfach so verschiedene mosaikartige Flächen im Raum, wo du eigentlich die Arten von dem einen zum anderen wandern können. Und je nachdem, wie sie von A nach B nach C kommen, was man alles anbietet, ist es einfacher oder es ist ein schwerer. Und das ist wirklich einfach wie auch wieder so ein Drittstein, ein Biotop auf einem Weg in ein anderes, damit sie so wirklich von der einen Landschaft, von einem Lebensraum in einem anderen sich bewegen können. Wir haben uns hier auch auf Insektenarten fokussiert, auf Vogelarten, auf Reptilien. Die sind ja, also Insekten und Vogelarten sind ja eigentlich mobil, die können fliegen, viele Arten. Reptilien sind nicht fliegend, die sind am Boden unterwegs. Dann muss man das einfach berücksichtigen und auch schauen, welche Arten schon vorkommen und das mit einbeziehen. Was tut man jetzt hier gestalten, was will man jetzt hier initiieren, was Sinn macht und diese Gruppen auch fördern kann. Zum Schluss noch ein paar persönliche Worte der Befragten über das Projekt Trailcenter in Aesch. Ich finde es eine super tolle Landschaft, ich finde es eine ganz coole Idee in so einem Umfeld, in dem man eigentlich nicht viel belastet, sondern eben die Bevölkerung durchkommt, wo man eben Wanderer durchkommt, eine Installation zu machen, wo Kinder, Jugendliche und Erwachsene üben können, zu biken, dass sie eben sicher biken können. Und wenn sie dabei noch lernen, wie sie mit der Natur links und rechts umgehen müssen, dann ist das perfekt. Ich finde das Projekt sehr inspirierend, weil es eben sehr, es ist mit der Gemeinde zusammen, es ist mit der Bevölkerung zusammen, noch hat die Nutzung auch von verschiedenen Generationen, die das nutzen und vielleicht auch Freude daran haben und vielleicht auch müssen sie dazu bewegen. Einmal links und rechts schauen und sagen, wow, das ist eine schöne Pflanze, das blüht dann oder Ah, ich kann jetzt unter dem Baum sitzen, das ist schattig, Gott sei Dank, das ist ja sonst heiss da. All diese Reaktionen, die sind eigentlich sehr schön und geben mir mal wirklich Hoffnung, dass wir doch auf dem richtigen Weg sind und mit all diesen Veränderungen, Biodiversität, Verlust, Klimawandel, irgendwie Zeichen setzen mit Zooflächen, dass wir es richtig machen können, auch in Zusammenarbeit mit einer Gemeinde, die innovativ ist und wirklich auch will arbeiten, wie auch viele in der Bierstadt sind und das finde ich ganz toll, dass man da wirklich etwas vorwärts bewegen kann, auch regional flächendeckend. Ganz verschiedene Massnahmen, das ist auch richtige so, die entsprechend Sinn machen, aber eben mit der Zeit wäre das immer mehr und das ist eigentlich das Tolle an all diesen Projekten.